kaum kommt sie rein durch die tür und die gemütlichkeit ist vorbei die gemütlichkeit ist dann einfach vorbei es ist dann wieder gemütlich wenn sie geht dann wird es wieder ruhig gemütlich ohne lärm ohne ansprüche selbst die maggie freut sich dann und der escher auch mit seinem knickohr wahnsinn kann nicht zu hause in ruhe leben ruhe entspannt gemütlich ohne stress du machst mir stress nein aber in ruhe das ist schnell du bist zu schnell schnell für die kamera die kamera kommt nicht mit